Das Wander ist des Müllers Lust, das Wander ist das Wander. Wenn man die drei großen Schubertszyklen vergleicht, also Schöne Müllerin, Winterreise, Schwangesang, sieht man, sie sind alle für hohe Stimme geschrieben im Original, also für einen Tenor. Wobei die Schöne Müllerin doch der Zyklus ist mit der höchsten Tessitur, der im Original doch viel tenoraler ist. So eine Winterreise ist viel mittellagiger, das könnte André womöglich an einem wunderbaren Tag auch sogar im Original singen. Es gibt sogar, glaube ich, eine Aufnahme von Dieskau, wo er denkt, nur am Anfang, aber das singt ja fast alles erstmal im Original, was eigentlich kein Bariton heutzutage macht, oder? Nein, ich glaube nicht. Und dann bei der Schöne Müllerin hat man halt viele Stellen, wo es immer wieder hoch und wieder hoch und wieder hoch, vor allem in Strophenliedern, was für einen Tenor normaler ist, sich in diese Klanglichkeit hineinzuschwingen. Wenn man jetzt die Stücke transponiert in tieferer Tonarten, muss der Bariton auch immer wieder hoch und wieder hoch und wieder hoch. Das ist natürlich dann ein anderes gesangliches Idiom. Man muss da technisch Dinge anders machen und da gehen alle unterschiedlich mit um. Ich weiß nicht, ist das sehr ermüdend für dich? Was machst du? Naja, also das, was du gesagt hast, das war tatsächlich auch der Grund, warum ich mit der Müllerin doch recht lange gewartet habe, sie überhaupt ins Repertoire zu nehmen. Weil ich immer das Gefühl hatte, ich kann das als Bariton, tendenziell sogar eher dunklerer Bariton, nicht so bringen, wie ein Tenor das kann. Aber ich denke, wir haben eine gute Lösung gefunden, vor allem auch in den Tonarten. Das war mir bis vor kurzem nicht so bewusst, dass es manchmal tatsächlich so ist, dass wenn man eine Tonart nochmal einen halben Ton nach unten transponiert, unter Umständen dann eben heller singen kann. Also rein technisch, weil einfach, wenn man da weniger in den Passaggio kommt und dementsprechend leichter, heller die hohen Töne erreicht. Das ist dann praktisch im Paradox, dass es zwar tiefer ist, aber heller klingt. Und dazu parallel gibt es im Klaviersatz der Schönmüllerin so ein Phänomen, dass die Begleitfiguren schon im Original für Tenor relativ tief gesetzt sind. Wenn man sich Schuberts Klavier vorstellt, vor 200 Jahren, ist das ein etwas drahtigerer Klang, transparenter, etwas heller. Und wenn ich diese Tonart nehme und auf dem großen Steinway spiele, ist das etwas runder, etwas weniger kantig konturiert. Man könnte auch sagen, es verschwimmt etwas mehr. Und wenn man dann noch in eine tiefere Tonart transponiert, wandert das Ganze immer weiter nach unten. Manchmal setze ich mich beim Live-Spielen dann sogar mit dem Stuhl etwas weiter nach links, weil man spielt nicht quasi mittig, sondern es ist doch relativ viel schon in die Tiefe. Und gerade bei Stücken, wo es um das frische Sprudeln eines Baches geht, merkt man, der Klavierpart hat keine sprudelnde Farbe, sondern eher wie ein dunkler Lavastrom. Und da muss man dann gucken, wie man dem gesanglichen Idiom und dem Inhalt dann noch folgt. Kann man das etwas ausdünnen oder transparenter spielen? Oder nicht eben den vollen Klang des modernen Steinways suchen, sondern irgendwo, wo gibt es da Helligkeit? Oder kann man da oktavieren? Ich habe in Liederabenden immer das Gefühl, dass das Publikum einem Bariton fast am liebsten zuhört. Ich versuche das für mich immer irgendwie herauszufinden, warum das so ist. Vielleicht, weil die Bariton-Tonlage der männlichen Sprechstimme am ähnlichsten ist und es auch so eine Art Erzähltessitur. Wenn einem jemand eine Geschichte erzählt, ist das sehr angenehm, dem zu folgen, das Warme, das Eingebettete. Bei der legendären Aufnahme von Fritz Wunderlich bei der Deutschen Grammophon hat man das auch alles. Aber wie sein Name schon sagt, das ist auch irgendwie ein Wunder. Also Fritz Wunderlich steht nicht für hunderte von Tenöre, die das auch so können, sondern das war irgendwie ein Glücksfall in der Musikgeschichte. Und insofern ist es schon richtig und gut, dass natürlich viele Baritoner oder Bassbaritoner das Stück singen, weil sie dem Ganzen dann doch noch etwas gewundertere Farben abgewinnen können, die einen großen Reiz haben und die beim Publikum schon sehr, sehr gut ankommen. Der Himmel da oben, wie ist er so frei?